I-A-A-P-D-A-C-H Dach Zugang ist Menschenrecht Zwei Linien bilden ein Dach. Alles unter einem Dach. Die Schweizer Flagge in Form der Schweiz. Grüezi, salut, hoi! Die deutsche Flagge in der Form von Deutschland. Hallo, grüß Gott, guten Tag! Die österreichische Flagge in der Form von Österreich. Grüß Gott, servus, hallo! Die Umrisse der drei Länder befinden sich unter dem Dach. Vereinte Kräfte aus. Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Interessengruppen und öffentlichen Stellen. Was uns vereint? Digitale Barrierefreiheit. Mobile Apps, Zertifizierung, Software, Web, Dokumente, Testen, Training, Beraten und Umsetzen. I-A-A-P-D-A-C-H Dach Hashtag alles unter einem Dach Digitale Barrierefreiheit auf Deutsch Weitere Informationen unter www.iaap-each.org Das Video wurde mit freundlicher Unterstützung der Hochschule der Medien erstellt. Design Laura Eppler Sprecher Kira Frankenfeld auf www.iaap-each.org